Hallo, Maurice Peus hier. Ja, und Marvin Schartoff hier vom TC Freisenbruch. Wir tippen jetzt den sechsten Spieltag der Kreisliga A. So, als erstes, wie wäre FC Krei gegen Niederwendingen 2? Würde ich ein 3 zu 1 für FC Krei tippen. Ja, würde ich mir anziehen. Zweites, wie ist Burg-Altendorf 2 gegen Blau-Weiß-Mintab 2? Würde ich ein 1 zu 3 sagen. Heisingen gegen Sportfreunde 07? Ja, Heisingen gut die 0 gehalten. Würde ich auch ein 5 zu 0 für den Heisinger SV tippen. Dann haben wir Fortuna Bredeney gegen Kupferdrehbiefang. Ja, da darfst du was sagen. Da sage ich 0-2 Kupferdrehbiefang. Dann kommt Kettwig gegen ESG. Knappes 2 zu 1 für Kettwig. Bondsfeld Leite. 3 zu 0 Bondsfeld. Hätte ich auch gesagt. Freisenbruch Eiberg. Hart umkämpftes 2 zu 1 für den TC Freisenbruch. Kaubig. Bondsfeld reinigen. Inえ gerienen wird ja energisch oder specialese? Arbeit wird nie in einem neuen Pulsfeld론, weil sie öde ein Groفي ist verbunden sein. In eine wirkliche predictions war, Ja, ent십�ies war Ordnung? Mordorfpaare teve CS schonCUного rum.